So, Hallihallo Leute, wir sind wieder da, ähm, weiter geht's hier bei Let It Die, die letzte Folge war ein bisschen überlänglich, es tut mir leid, wir suchen jetzt allerdings immer noch den Fahrstuhl, es muss hier einen Fahrstuhl geben, wir sind hier auf dieser Ebene und ich glaube, alle Mittleren haben immer einen Fahrstuhl, das heißt, die nächste Ebene hätte zum Beispiel keine, es würde jetzt also keinen Sinn für uns machen, weiter hoch zu gehen. Außerdem suchen wir ja auch noch ein paar Hater, es gibt ja auch einen Stream-Zuschauer, der noch ein paar, ähm, Hater vermisst. Also müssen wir mal schauen. Da unten ist aber auch nur noch die Biene, ne? Gibt's Fallschaden? Ja, natürlich gibt's Fallschaden. Diese Biene sind, ähm, mitunter die einfachsten Gitarre. Außer Frosch. So, ich will den Fahrstuhl in dieser Kack-Ebene haben. Hab ich mich nicht gerade erschrocken. Ah, ich hab die Schämpel-Maschine gefunden, in dieser Ebene. 3, 2, 1. Was ist das Rote? War das richtig? Ah, jo. So, ja, die Ebene davor haben wir vergessen. Müssen wir auf jeden Fall noch nachholen. Aufs Maul, du komm mal, Sack. Die Kettenwickel ist echt cool. Was haben wir denn hier? Ein Bauplan. Anderes Kloss. Die Kettenwickel ist echt cool. Dummes Kackvieh, einfach nur. So. Okay, jetzt will ich mal irgendwas testen. Hier ist ein Feuer. Weißt du, dass das geht nicht? Was macht das jetzt? Das Grillen klappt echt super. Okay. Ich glaube nur der Blindheitseffekt wurde geändert. Ich weiß aber nicht zu was. Ja, ich will doch nur zu diesem... Ich habe schon wieder auf den Share-Button geklickt. Ich freue mich. Ich will doch nur zu diesem Kack-Fahrstuhl. Da ist er. Doch ich weiß ja nicht, wo deine Hater sind, ist das Problem. Ich habe jetzt allerdings endlich den Fahrschul gefunden und könnte auch runterfahren. Ich habe jetzt den Fahrschul gefunden. Ich habe jetzt den Fahrschul gefunden. Einer muss irgendwo auf Ebene 4 sein Ja, wenn sie wirklich auf dieser Ebene stehen Weil du hast Warte mal, bin ich auf Ebene 1 gestorben? Ja, doch Äh, das ist wieder eine Falle Worauf ich gerade nicht so eine Löffel Lust habe Ja, ja Ja, ja Ja, ja Ja, ja Ja, ja Ja, ja Prozent von der Falle ich denke ganz langsam abgehen die Frage ist ob ich zurückgehen sollte leider würden dann auch wieder alle respawnen ja wo war das nicht gedacht Meisterlevel aufgestiegen Fäuste ist ja schön ja ja Mit einer Knut hier drun doch noch. Aua. Ich hab echt nicht mehr viel Leben. Ich glaub ich hab die Ebene durch. Oder? Ich hab die Ebene durch. Ich bin bei Ebene 4 komplett durch. Ich hab auch schon den, der Lift ist, die Frage ist jetzt natürlich, Moment, wo war denn der Lift? Da. Na gut, man könnte einfach durchrennen, ne? Weil hier ist der Lift da, da müsste ich in den großen Raum und dann da oben hin. Sonst wäre der Lift hier und ich müsste, aber hier müsste ich an dem Boss vorbei. Also ich glaub, dass der Lift dann doch besser wäre. Ich geh jetzt auf jeden Fall in den Lift. Also deine Viecher sind grad nicht auf Ebene 4. Zumindest nicht bei mir. So, ähm. Geradeaus durch einfach. Ich geh mich jetzt mal heilen. Können wir, glaub ich, gleich sehen, wie ich gelaufen bin, ey. Oh, das wird auch mies. Hinher, hinher. Ich bin der größte Vollidiot. Okay, genug gesehen. Bedo. Ich verstehe, ich bin schlecht. WTF? Was soll denn die Musik auf einmal? Ich hoffe, die ist die Copyright geschützt. Das fällt mir grad ein. Auf Level 25 ist Maximum. Wie kann es denn von dem Level 70er angegriffen werden? Ich kann jetzt nichts mehr höher oder niedriger machen. Woher kommt diese Musik? Hör mal bitte hier dran. Ah, warte, das sind doch Baupläne. Ich habe doppelt. Die kann ich jetzt einfach verkaufen, weil ich die schon habe, oder wie? Okay. Ich muss Baumwolle finden. Das sieht mir jetzt unheimlich auf der Scholette aus. Wurde zumindest noch nicht befreit. Also ich wurde noch nicht angegriffen. Ich weiß nicht, ob ich dafür eine Nachricht bekomme. Was wir jetzt allerdings machen werden, ist, wir werden... Wir hoffahren in das erste Gebiet wieder, weil da soll jetzt theoretisch noch eine weitere Tür offen sein. Die dann wieder auf eine Ebene 2 führt, weil Ebene 2 habe ich ja glaube ich... Oder eine Ebene 3 fehlte mir das Ding, ne? Okay, vergess meinen Plan. Aber nichtsdestotrotz sollte hier eine weitere offene Tür sein. Die zu einer anderen Ebene 2 führt, die ich mir gerne mal angucken möchte. Die Gegner hier sollten jetzt theoretisch nicht mehr so schwer sein. Solange keine Hater hier sind. Die zu einer anderen Ebene 3, die ich mir gerne mal angucken möchte. Momentan ist hier gar nichts. Ich habe mir Magnum gefunden. Die Hater sind ja nicht bei allen gleich. Daher, ob ich hier einen Hater 25er finde. Bei mir war ein Hater 25 auf Ebene 4 oder sowas. Ich habe die Zell. Jeg har den Branden gesessen. Ich habe die Zell okay. Ich habe die Zell welche. Er wurde aber Überlegt, wenn ja ich hinter permite. Das Brett, wo ich die bist... Ich habe die Zell. I hate das. Weil ich passoどう? Was ist Knot hier so dumm? Da ist der Typ wieder den Kisten anscheinend. Vor allem könnte man sich hier die Heilung erfarmen. Das müsste ich eigentlich wirklich machen. Warum hast du so viel Kreissäge? Ich meine, machen wir hier keinen Schaden mehr. Geil war, geil war. Kreissäge packe ich aber auf jeden Fall mal mit ein erstmal. Gut, setz ich mir auf. Ich werde gerade von dem Frosch gemobbt. Moment. Moment. Woa 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 So für 24er Hater So für 24er Hater Das war's mit deiner Rüstung, mein Freund. Ich kann auch schon warten. Jetzt leider aber auch meine Rüstung zerstreddert, der Wichser. Das war's mit einer Rüstung. Wanoki Das ist die Etage, in der ich noch nicht war Ja, Wanoki war ich noch nicht Ich hab Shepard geklickt So Leute, die letzte Folge hatte etwas über Länge Das heißt, wir werden uns Wanoki hier in der nächsten Folge angucken Ich danke fürs Zusehen, bis zum nächsten Mal, ciao